Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Dirt Rally. So, falls ihr euch jetzt wundert, warum ich im individuellen Event bin und nicht im Karrieremodus. Ich bin Schweden im Karrieremodus schon gefahren. Leider war die Aufnahmedatei perfekt. Also ich kann sie mit keinem Videoprogramm öffnen, ich kann sie nicht schneiden, ich kann sie nicht rendern und hochladen auf YouTube natürlich auch nicht. So, dass ihr die Schweden Rally mit dem Mini aber trotzdem seht, war ich sie jetzt im individuellen Event. In der Karriere Rally habe ich es leider nur auf den vierten Platz geschafft, da ich in den letzten beiden Etappen zwei richtig derbe Fehler drin hatte und das Auto aufs Dach gelegt habe. Schauen wir mal, wie wir uns jetzt im individuellen Event anstellen, ob wir den vierten Platz da auch erreichen können oder ob wir das sogar noch schlechter sind. Wir werden es sehen. So, ich fahre natürlich den Mini. Den ich natürlich in der Karriere auch gefahren bin. Oder immer noch fahre. So, Fahrzeug Setup habe ich mir mal im Steam Workshop eins runtergeladen. Eigentlich gar nicht so schlecht war. Außer, dass ich die Gänge ein bisschen weiter stellen möchte. So. Und wir sehen einfach mal, was wir erreichen können. Ist jetzt eigentlich egal, welchen Platz ich hier mache. Ich will natürlich trotzdem in ungefähr die wir an das Ergebnis aus der Karriere herankommen. Klar, ne? So, auf geht's. Das sind im Übrigen genau die gleichen Bedingungen jetzt wie in der Karriere. Wir fahren nachmittags bewegt. Und die beiden restlichen Attacken, äh, Attacken, ja genau, Etappen dann Mittags und bei Sonne. So war es auch in der Karriere. Das ist ungefähr mal die Zeit, die ich in der Karriere auch gefahren bin. Das war nicht besonders gut. Oh Gott. Rechts 3, links 2, lang, Welle. Rechts 3, eng, nicht schneiden. Kuppe, Sprung. Links 5, halb lang, über Welle. Rechts 4, halb lang. Links 5, halb lang, über Kuppe. Sprung, 40. Rechts 4, halb lang. Oha. Mag's ja überhaupt nicht im Schnee zu fahren, eigentlich, ne? Mag's eigentlich gar nicht. Rechts 4, macht auf und macht zu, über Welle. Achtung, links 3, über Welle. Links 3, halb lang, macht auf. Oha, ja, da ist schon der erste Fehler. Rechts 3. Aber es ging noch. Links 6, rechts, halb über Kuppe, Welle, 16. Wurfe unterschätzt. Achtung, Welle, links 4, macht zu, bis 3, über Kuppe, hängt nach außen. Rechts 2, halb lang. Oha, was ist denn jetzt los? Oha, irgendwas hat es mir jetzt getan, glaube ich. Ja, natürlich blöd, jetzt vor der letzten Etappe. Rechts 4, macht zu, über Kuppe, rechts, links, über Welle. Wer da die Radaufhängung irgendwie zerschossen hätte. Das war so, fühlt sich ziemlich schwammig an, gerade. Rechts 5, innen, rechts 5, innen, rechts 5, lang, verläuft über Welle und links 5, 40. Große Welle, rechts 5, lang, 40. Welle senken. Rechts 4, über Kuppe, Welle, 60, über Welle, links 5, lang. Soll ich sein, der Bodenbelag hat sich gerade geändert. Hier ein bisschen mehr Schnee liegt. Kann möglich sein. Ist der dritte Platz. Naja. Hätte ich das mal in der Karriere so... Na gut, die erste Etappe... Mache ich das sogar zweiter. Kann noch viel passieren hier. 4, 3, 2, 1, Vorsicht, links, 4, 40, Welle, über Kreuzung. So, auf geht's. Etappe Nummer 2. Links 4, lang, über Kuppe, macht auf, 40, Vorsicht, rechts 5. Links 4, eng. Rechts 5, 60. Naja. Links 5, über Kuppe, über Kuppe, über Kreuzung, 60, Welle, rechts 4, halb lang, 40, links 4, lang, über Kuppe, 40, Vorsicht, links 4, innen halt, rechts 3, über Kuppe, über Kreuzung, 60. Rechts 3, rechts 3, über Kuppe, über Kuppe, 40, links 5, über Kreuzung, 60. War auch eher, meiner Meinung nach, eigentlich eine Rechts-, äh, eine Links 3. Bei Kuppe, 40, kleine Kuppe, Welle. Ohaah, shit, 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 oh nein, aah, Mist. Das war zu spät. Das hab ich jetzt voll überhört mit der Links 2. Das war jetzt natürlich der größte Müll. Boah, das ist auch ein Rutschschrauber auch, ne? Das ist Wahnsinn. Links 4, lang, und Kuppe, 40. Ich weiß nicht, ob das Setup so das wahre war, was ich ja gewählt habe. Ich sollte mich vielleicht doch ein bisschen, ja, auf mein Setup verlassen. Rechts 6, links 6, 80, Kuppe, vielleicht Sprung. Rechts 6, 100, Kuppe, vielleicht Sprung. Ich hatte die Kurve ein bisschen weiter unten gesehen. Vielleicht Sprung, über Kuppe. Sofort links 4, und Kuppe. Rechts halten, über lange Kuppe. Links 6, 40. Rechts 3, über Kreuzung. Links 4. Rechts 2, durchs Enkel, nicht schneiden. Boah, das war eine Rechts 3, naja, gut. Links 3, über Welle. Wenn er meint. Macht auf Land, 60. Rechts 4, 60, über kleine Kuppe. Links 4, lang, macht zu. Rechts 2, in 3. Oh, du bist so instabil. Links 2, lang, 100, durchs Enkel. Wahnsinn. Vorsicht, rechts 5, verläuft über 2, Kuppe. 80, rechts 5, über Kuppe. Links 4, in rechts 2, 40. Links 3, lang, in rechts. Links 3, lang, in rechts. Links 4, über Kuppe. Rechts 3, lang, macht auf. Links 4, halb lang, über Kuppe, 150. Oh. Da bin ich mal gespannt, was dann die Reparatur des Autos sagt. Links, halt, mit Vollgas, Kuppe, Sprung. Rechts 5, 40, Kuppe. Rechts 2, halb lang, macht auf, und verläuft über Kuppe, 60. Links 3, lang, und lang, Kuppe. 90, kann rechts. Ah, Mann. 60, Kuppe. Rechts 6, Kuppe. Ja, hält fast an, wenn ich auf die Fußbremse drehe, das ist Wahnsinn. Rechts 5, macht zu, bis 4, über Kuppe. Kuppe, 40. Rechts 3, halb lang. Links 6, 100, über kleine Kuppe, Welle. Das ist Wahnsinn. Rechts 4, 100. Rechts 5, über Kuppe. Links 3, kleine. Kuppe, Welle, 60, Kuppe. Rechts 4, 80. 40, Welle. Rechts 4, lang, Kuppe, 60. Kleine jetzt zur Kuppe gehört, oder was sollte das sein? 40, rechts, halb lang, über Kuppe, vielleicht Sprung. 40, links 6. Rechts, halb lang, über kleine Kuppe, Welle. Miss Ziel. So. Ui. Platz 4. Sind wir schon näher an dem Ergebnis aus der Karriere. So, jetzt muss ich mal gucken. Mein Auto so abbekommen hat. Na ja, so schlimm sieht es aber eigentlich gar nicht aus. Mit der Radaufhängung. Kannst du sogar voll reparieren. Okay. Ja, dann machen wir das doch. Okay. 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 Ich werde mal das Differenzial ein bisschen fester stellen. Gucken, ob es was bringt. 4, 3, 2, 1. Bestes Differenzial ist zwar eher was für Asphaltstrecken eigentlich, aber... Irgendwie kam mir das doch ein bisschen zu instabil vor jetzt, das Auto. Links 5, lang, über Welle. Links 5, innen halt. Achtung, links 5, über Kuppe, Welle, Senke. Rechts 5, übersprung. Links 5, lang. Wasst du, über Kuppe, 80, durch Senke. Vorsicht, links 5, über Welle. Rechts 3, über Kuppe, 80. Links 4, und Kuppe, 60. Rechts 4, macht 2, bis 3. Na, es fühlt sich ein kleines bisschen besser an. Rechts 3, macht auf, hängt nach außen, 40. Achtung, links 5, über Kuppe, 40. Links 3. Rechts 4, halb lang, macht 2, bis 3, Welle. Hä? Rechts 4, macht 2, bis 3. Links 4, über Welle, macht auf, und macht zu, 80. Mittig halb, über großen Sprung, 40. Rechts 6, lang, über Welle, und links 4, halb lang, 40. Ich wollte es jetzt mal nicht übertreiben mit dem Sprung. Rechts 5, über Kuppe, Sprung. Links 4, halb lang, über Welle. Rechts 5, halb lang. Achtung, Kuppe, Sprung, und links 3, Eck, nicht schneiden, Welle. Rechts 2, lang. Tu, hier habe ich das letzte Mal das Auto schon aufs Dach gelegt. Diesmal ist es gut gegangen. Rechts 2, lang, macht zu, 80. Achtung, rechts 4, über Kuppe, Sprung, macht zu, 60. Links 3, über Welle, Kuppe, 60, Kuppe. Links 4, halb lang. Kuppe, Sprung. Rechts 5, 60. So, die nächste Rallye in der Karriere ist jetzt übrigens Monte Carlo. Rechts 6, über kleine Kuppe, in links 5, halb lang. Das heißt Asphalt. Achtung, rechts 6, in links 3, lang, nach Kreuzung, 40. Kuppe, Sprung. Rechts 5, lang, und links halten, über Kuppe, vielleicht Sprung. Er hoffe ich ja, dass ich zumindest einen dritten Platz rausfahren kann. Rechts 6, 60, Kuppe. Links 5, macht zu, über Kuppe, hängt nach außen, 60. Rechts 6, durchsenken. Achtung, links halten, über Kuppe, Welle, 60. Links 5, lang, über Kuppe, Welle, 60. Kuppe, Sprung, senken, bis Ziel. Puh. Weiter. Welle. Na toll. Warum läuft das im individuellen Event so gut und in der Karriere immer so scheiße? Hm. 4, 3, 2, 1. Vorsicht, 80, senke, in rechts, links. 40, mittig halten, über Kuppe, 40. Rechts halten, über Kuppe, vielleicht Sprung. Vorsicht, 60, Kuppe, Sprung, sofort, links, 4, lange Welle. 40. Links 5, über 80, über Kuppe, Welle, Kuppe. 60, kleine Kuppe und rechts 3, Kuppe. Hey. War jetzt auch eine Etappe, wo ich mich einmal überschlagen habe. Das sollte ich vielleicht jetzt auch nicht tun. Links 4, über Kuppe. Rechts 5, über kleine Kuppe. 100, über kleine Kuppe, Welle. Rechts 6, links 3, halb lang. 40. Achtung, Kuppe, vielleicht Sprung. Links 4, über Kuppe, Welle, Kuppe. Rechts 5, halb lang. Links 6, über Kuppe, 60. Vorsicht, bergab, 90 Grad links, nicht schneiden. Lang, Kuppe. Ah, das war jetzt ein bisschen zuzeitig eingebremst. 13 Sekunden. Was zur Hölle. Achtung, links 5. Rechts 6, über Kuppe, vielleicht Sprung. Links 6, 100. Links 4, lang, über Kuppe, macht auf und macht zu. Rechts 3, macht auf, lang, 130. Lang, Kuppe und rechts 4, über Kuppe. Links 3, macht zu, bis 2, lang. Ich bin nicht mal gespannt auf die Zeit am Ende. Rechts 3, halb lang, 40. Links 4, macht auf, über Kuppe, 80. Achtung, links 5, über Kuppe, Sprung. Verläuft über Kuppe, 100. Uiui. Rechts 2, lang. Links 2, innen, halb lang. Rechts 3, macht auf, 8. Was jetzt ernsthaft? 60, über kleine Kuppe, links 4, 60. Rechts 6, lang, macht zu, bis 3, über Welle. 40. Links 2, durch Senke, nicht schneiden. Das wird ja fast schon ein erster Platz. Meine Güte. Rechts 4, links 4, über Kreuzung, 40. Rechts 6, über Kuppe und links halb lang, über lange Kuppe. Kuppe und rechts 4, über Kuppe, Welle. Links 5, über kleine Kuppe, 100. Links 6, Kuppe, vielleicht Sprung, 80. Rechts 6, rechts 6, über kleine Kuppe, Sprung, 100, über 2. Kuppe, links 3, lang, macht auf, über Kreuzung, 50. Rechts 4, lang, kommt auf, über Kreuzung, 50. Alter, was machen die hier? Links 3, eng, nicht schneiden. 60, Kuppe, vielleicht Sprung. War ich hier alleine, oder was? Rechts 6, links, lenke Kuppe. Links 5, halb lang. Vorsicht, rechts 2, über Welle. Kleine Kuppe, Welle, 40. Achtung, links 2. 60. Rechts 5, über Kreuzung, 40. Vorsicht, links 3, über kleine Kuppe, macht auf, über Kreuzung. Rechts 4, inhalt, 40. Über lange Kuppe, rechts 4, halt lang. Oh, das war ein. 60, durch senken. Links 5, halb lang, über Kuppe. Rechts 5, 40. Rechts 6, über Kuppe, gleich Sprung. Links 6, über 5. Rechts 5. 60, links 5. Genau mit so einem Ding hat es mich in der Karriere aufs Dach gelegt. Links 5, 40. Rechts 5, lang, über Kuppe. Macht zu bis 3, 60. Rechts 5, über Kuppe, vielleicht Sprung. Links 5, lang, durch Welle, Senke. 40, über Kreuzung. Rechts 3, 40, durch Senke. Bis Ziel. Das gibt's doch gar nicht. Hui. Da hab ich noch mal was mitgenommen. Puh. Das ist der erste Platz. Und das ist auch der erste Platz in der Gesamtwertung. Meine Güte. Okay. Ja gut. Hätte ich das mal in der Karriere hinbekommen, ne? Gut. Ihr habt die Rallye in Schweden gesehen. Sorry nochmal, dass es nicht die Karriere Rallye war. Aber wie gesagt, die Aufnahmedatei war halt... Im Eimer kann man halt nix machen. Hab auch den Grund dafür noch nicht rausgefunden. Ich hoffe mal, die hier wird's nicht. Und ich kann die dann hochladen. Ich bedanke mich an dieser Stelle. Trotzdem bei euch fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal in Monte Carlo. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.